Die Feuerwehr kommt ja nur, wenn was passiert. Vorrangig finde ich tatsächlich die Kennzeichnung der oberen Parkplätze, wenn er mal genau guckt, wird nämlich mit dem einen Parkplatz, die Hüedrand, nämlich zugestellt. Aber das ist so gezeichnet. Sirene auf Melda lösen aus. Die Feuerwehr kommt, ordnungsgemäß heißt das Dauerton zweimal unterbrochen. Martin Horn von unserem THR fahren bei Augsburg, die mussten von unten anfahren, über die Ochtnummerstraße. Heute weiß ich auch, ob er drin sitzt. Einsatzleitung macht folgendermaßen. Es ist halt in der Regel so, dass an dem Gebäude erstmal vorbeigefahren wird. Das nennt man dann Lage auf Sicht. Der Gruppenführer guckt quasi beim Vorbeifahren schon, was passiert. An dem Obergeschoss, sieben Kinder, beziehungsweise fünf Kinder, zwei jetzt hier in der Drachengruppe eingeschlossen. Nicht von außen begeben. Gibt es noch Kinder, die sonst drin sind oder schon draußen sind? Alle Etagen evakuiert sind auf die Drachengruppe. Erste Gruppe rechts. Inklusive, dann wird so noch ein super Wegbesperrung von der Sonja. Aber jetzt bitte nochmal, damit sie genau so festhalten. Der Björn hat jetzt noch einen Zahn zugelegt. Er guckt nämlich jetzt komplett um das Gebäude drum herum, ob er irgendwelche Zugänge findet oder ob er irgendwelche Gefahren sieht, ob irgendwelche Augen austritt und so weiter. Die Kinder und Erzieherinnen aus der Drachengruppe machen sich koordiniert werden und vor allem dann dokumentiert werden, dass man vor Ort Lagekarten hat und auch sämtliche Kunstsprüche mit aufnimmt. Die werden also alle nochmal schrittlich festgehalten, was bei so einem Einsatz passiert. Darüber können nachgefordert werden, dass es sich jetzt um ein großes Objekt handelt und wir bringen jetzt auch die anderen Kräfte aus der Pellenz an. Hier kommt jetzt das Rackkraft-Spritzenfahrzeug mit Wassertank von der Löschernheit Pretz. Hier bringen wir uns noch Artenschutz-Gerätenträger mit. Die wissen auch schon, was sie zu tun haben. Die haben also im Auto schon gesagt bekommen, was sie machen und machen sich jetzt dementsprechend. Das ist der 5. Entschuldigung, womit man mal die ersten 2 Minuten versorgt ist. Wasser gibt es auch aus dem Auberich. Da versorgt heute Feuerwehr Nickenich mit ihrem Klazerpil. Die bauen die Wasserversorgung vom Auberich auf und versorgen damit dementsprechend weitere Fahrzeuge. Die versorgen unter anderem die Feuerwehr-Berättsmitte. Damit das Feuer nicht übertreiben kann. Yourself, you can't see me. Die fern die Feuerwehr-Berättsmitte. Die fern die Feuerwehr-Berättsmitte. Die schreit die Radio-Talb. Dann Kinder Telek. Die fern die Feuerwehr-Berättsmitte. So treibt es auch hier hin. Das ist so, dass die Feuerwehren am Klazerpil. Die Feuerwehr-Berättsmitte hat die Feuerwehr-Berättsmitte. Im Menschen-Minhalt-Minhalt-Deparat. Vielen Dank.